Ich bin schon immer ein Waldmensch gewesen. Das fasziniert mich. Mein Spezialgebiet sind die Steilhänge der österreichischen Alpen. Wir machen hier einfach Bäume, die hier drauf sind. Die machen wir weg und junge Bäume nachsetzen, sodass wir wieder ein Wald haben. Ich arbeite schon lange mit Steil. Die Emtronic-Hofi-Fahrer auch schon können. Und was mir jetzt zusätzlich noch hilft, ist die Kalibrierung, damit die Säge bei extremen Hühnerunterschieden immer volle Leistung kommt. Wir sind manchmal bis zu zwei Stunden unterwegs, bis wir bei der Arbeit sind. Da muss die Säge leicht sein und dass ich mich technisch und auch mechanisch nicht in den Stich lasse. Am Hof gibt es immer etwas zu tun, wenn man auch nicht im Wald ist. Der Tagesurperlauf schaut dann so aus, dass man am Morgen die Rinder versorgt und wenn man das alles gemacht hat, geht es dann los im Wald. Mir ist sofort auffallend, dass die MS-462 extrem spritzig ist. Sie ist sofort auf voller Leistung. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kann auch nur gute Arbeit liefern, wenn das Werkzeug super funktioniert. Den Beruf möchte ich gerne machen, wenn ich es gesundheitlich schaffe, so lange wie möglich. Ich verstehe mich! Ich schaffe mich! Ich schaffe mich! Ich schaffe mich! Ich gehe dir noch dem Gebet.